Hallo Freunde, bevor wir mit der Hypnose anfangen, möchte ich euch ein paar wichtige Informationen mitgeben. Je öfter ihr euch diese Hypnose anhört, desto tiefer wird das Schlaf werden. Und wenn ihr viel Tiefschlaf habt, dann seid ihr laut der Wissenschaft gesünder und fühlt euch allgemein erholter und glücklicher. Bei meinen älteren Hypnosen haben sich viele beschwert, dass sie jedes Mal während der Hypnose gestört werden. Entweder durch die Geräusche der anderen oder durch das Licht. Ich kann da leider nichts dagegen machen, außer euch die richtige Ausrüstung zu empfehlen. Erstens eine Schlafmaske, damit alles komplett abgedunkelt ist und mehr Melatonin produziert werden kann. Und zweitens ganz bestimmte Kopfhörer, die sogenannten Sleepphones. Das sind Kopfhörer, die extra zum bequem Schlafen gemacht worden sind. Einerseits werdet ihr durch die Umgebungsgeräusche nicht abgelenkt. Und andererseits könnt ihr bequem mit den Kopfhörern schlafen, was sich ja mit normalen Kopfhörern sehr schwer gestaltet und auch unbequem ist. Ich habe euch die beiden Produkte unten in der Beschreibung verlinkt. Viele erwähnen das nicht mit, aber es ist wichtig, dass ihr euch die Hypnose bis zum Ende anhört. Denn nur dann entfaltet sich die volle Wirkung. Nachdem ich fertig bin, kommt erstmal eine Zeit lang nichts, damit ihr euch nicht durch die Videos, die danach durch die Autoplay-Funktion kommen, erschreckt und wieder aus dem Tiefschlaf gerissen werdet. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ich wünsche euch einen wunderschönen, tiefen und erholsamen Schlaf. Finde dir einen bequemen und schönen Platz auf deinem Sofa oder auf deinem Sessel und versuche wirklich deinen Körper zu entspannen. Du brauchst deine Augen noch nicht zu schließen. Versuche besonders im Schulter- und Nackenbereich deine Muskulatur zu entspannen. Lass deinen Kieferbereich ganz locker und atme tief durch deinen Mund ein und aus. Versuche deinen Körper dabei immer mehr zu lockern. Versuche nicht zwanghaft dich zu entspannen. Die Entspannung wird schon so kommen, indem du dich auf meine Stimme und auf meine Anweisungen konzentrierst. Wenn deine Konzentration nachlässt, dann versuche dich wieder auf meine Stimme zu konzentrieren. Die Entspannung muss nicht perfekt sein, um Erfolge zu erzielen. So, dann fangen wir langsam an. Wenn du bereits fühlst, dass die Entspannung schon eintrifft, entspanne deinen Nacken und deine Schultern und finde einen bequemen Platz für deinen Nacken- und Schulternbereich. Denke dran, wenn du die Suggestionen hörst und du willst, dass die Suggestionen wirklich funktionieren, ist deine Aufgabe, an der richtigen Einstellung festzuhalten. Und die richtige Einstellung ist ganz einfach und lautet, mir gefällt diese Suggestion und ich weiß, dass sie bei mir funktionieren wird. Atme schön tief ein, fülle deine Lunge komplett auf und halte kurz die Luft an. Wenn du ausatmest, schließe deine Augen und lass eine wundervolle Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Versuche den psychischen Druck, den du hast, jetzt einfach aufzulösen. Es ist ein Druck, den jeder von uns hat, durch unser alltägliches Leben. Entspanne dich einfach und lass alles los. Lass alle Sorgen und Probleme los. Ich bitte dich jetzt, deine Augenlider komplett zu entspannen. Entspanne deine Augenlider so schön und komplett, wie es nur geht. Solange du dich nicht dafür entscheidest, die Entspannung aufzulösen, werden deine Augenlider ganz schön entspannt liegen und sich nicht von der Stelle bewegen. Entspanne deshalb deine Augenlider so tief, wie du nur kannst. So tief, dass sie nicht mehr funktionieren. Halte die Entspannung jetzt aufrecht und teste jetzt deine Augenlider, ob sie tatsächlich nicht funktionieren, indem du deine Augenbrauen hoch und runter bewegst. Deine Augenlider werden sich aber trotzdem nicht von der Stelle rühren. Sie werden ganz schön tief und entspannt liegen bleiben. Sehr gut. Lasse sie jetzt durch deinen ganzen Körper fließen. Wenn du die Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper sendest, fühle wirklich, wie die Entspannung wellenartig von der Spitze deines Kopfes bis zu deinen Zehenspitzen durchdringt. Erlaube jedem Muskel und jedem Nerv sich zu entspannen. Lasse dir wirklich Zeit, jeden Muskel und jeden Nerv in deinem Körper zu entspannen. Spüre, wie dein Körper immer entspannter und ruhiger wird. Jetzt möchte ich, dass du dich viel, viel tiefer entspannst, um wirklich die Entspannung auf ein sehr tiefes Level zu bringen. Es ist wirklich sehr leicht zu machen. In dem Moment, wenn ich dich darum bitte, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen, wird es für dich ein Signal sein, eine warme Welle der Entspannung an deinen Körper zu senden, so dass dein Körper sich sofort um ein Vielfaches tiefer entspannt. Du sollst es einfach wollen und das wird dann ganz schnell passieren. Okay, öffne jetzt deine Augen und jetzt schließe deine Augen und sende eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper, um Vielfaches entspannter, um Vielfaches tiefer. Sehr gut. Nutze deine ganze Vorstellungskraft und stelle dir einfach vor, wie dein ganzer Körper mit einer warmen, sicheren Decke der Entspannung umhüllt ist. Ab diesem Zeitpunkt wird dir jeder Atemzug, den du machst, dabei helfen, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Gleich werde ich dich wieder darum bitten, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen. Und wenn du deine Augen aufmachst und wieder schließt, wenn ich es dir sage, verdoppele die Entspannung, die du jetzt bereits hast. Mache die Entspannung doppelt so tief. Du musst es einfach nur wollen und es wird nach deinem Willen auch so geschehen. Okay, öffne deine Augen und jetzt schließe deine Augen und verdoppel die Entspannung. Lass vollkommen los. Erlaube dir jeden Muskeln und jeden Nerv tiefer als je zuvor zu entspannen. Sehr gut machst du das. Okay. In dem Moment, in dem ich dich gleich noch einmal bitte, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen, verdoppele deine Entspannung noch einmal. Lasse die Entspannung noch einmal doppelt so tief werden. Okay, mache deine Augen jetzt auf und schließe deine Augen. Tiefer, tiefer und noch tiefer entspannen. Lass alles vollkommen los. Ich möchte jetzt, dass du eine Tour durch deinen ganzen Körper machst und schaust, ob irgendwo an deinem Körper noch irgendwas verspannt ist. Wenn du selbst eine kleine verspannte Stelle findest, dann sende einen kleinen Hauch der Entspannung an die jeweilige Stelle und löse so die Verspannung auf und lasse vollkommen los. Und erlaube es dir noch viel tiefer zu entspannen. Wenn du dich jetzt mit jedem Atemzug und mit jeder Sekunde, die vergeht, weiterhin entspannst, sei dir dessen bewusst, dass du nicht in einen Schlaf verfällst. Du bist einfach nur entspannt. Du kannst alles um dich herum sehr klar und deutlich hören. Der einzige Unterschied ist nur, dass jedes Geräusch, das du hörst, dich immer weiter tiefer entspannen lässt. Das Einzige, was dich aber wirklich interessiert, ist nur meine Stimme. Aus diesem Grund erlaube es jedem Geräusch und auch meiner Stimme, dich immer tiefer in die Entspannung zu bringen. Jedes Geräusch, das du hörst, bringt dich dazu, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Du machst das sehr gut. Du hast jetzt deinen Körper wunderbar entspannt. Ich möchte aber, dass du dich jetzt noch viel tiefer entspannst. Ich möchte jetzt, dass du deine Psyche jetzt so gut es geht entspannst, wie du eben leicht und wunderbar deinen Körper entspannt hast. Wenn sich deine Seele entspannt, bist du noch vollkommen bewusst. Nur der ganze Druck, den man vom Leben hat, verschwindet völlig. Und du fühlst dich wunderbar. Es ist sehr leicht, eine mentale Entspannung zu erlangen. Und ich werde dir auch dabei helfen. In dem Moment, wenn ich rückwärts ab der Zahl 100 zähle, mit jeder Zahl, die ich aufzähle, erlaub es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen, so tief, so schön und so friedlich, mit jeder Zahl. In anderen Worten, mit jeder Zahl, die ich aufzähle, erlaub es, deine Seele immer tiefer und tiefer zu entspannen. Bei der Zahl 97 angelangt oder sogar früher, wenn du es so möchtest, wirst du deine Seele schon so tief entspannt haben, dass du gar nicht nach weiteren Zahlen schauen wirst. Du wirst einfach feststellen, dass die restlichen Zahlen, die nach der 97 kommen würden, einfach verschwunden sind. Du wirst einfach alle Zahlen, die danach kommen würden, aus deinem Bewusstsein heraus entspannt und fühlst dich danach einfach nur fantastisch. Es ist schön, endlich mal die ganzen Zahlen loszuwerden. Diese Zahlen verfolgen dich den ganzen Tag. Es ist wunderschön, sie einfach mal für eine kurze Zeit verschwinden zu lassen. Sie sind jetzt für dich nicht mehr wichtig. Du musst einfach nur wollen, dass es passiert und es wird dann sehr, sehr leichter zu kommen. Okay. 100. Entspanne dich mental doppelt so tief. Fühle, wie deine Seele dabei ruhiger, klarer und friedlicher wird. 99. Entspanne dich mental nochmal doppelt so tief. Und lasse langsam die Zahlen immer dunkler und durchsichtiger werden. Und mache so, dass die Zahlen langsam verschwinden. Merke, wie gut es sich anfühlt. Merke, wie deine Seele sich immer friedlicher, entspannter und ruhiger anfühlt. 98. So wunderschön, so ruhig, so entspannt, so friedlich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer. Noch eine Zahl und wenn sie noch nicht weg sind, dann lasse sie jetzt einfach alle verschwinden. 97. Lasse sie jetzt alle gehen. Lasse sie alle gehen. Mach, dass sie alle weg sind. Sie sollen alle aus deinem Bewusstsein verschwinden. Du brauchst sie nicht mehr. Weil sie jetzt noch da sind, dann lösche sie alle. Lasse sie alle verschwinden. Nur du kannst es tun. Ich kann es nicht für dich tun. Lasse sie einfach gehen. Und sie werden gehen, wenn du sie dazu bringst. Sie sind nicht wichtig für dich und du kannst dich von ihnen befreien. Aber falls sie jetzt doch nicht alle weg sind, mache dir deshalb keine Sorgen. Sie werden einfach verschwinden, wenn ich jetzt einfach weiterrede. Ich möchte jetzt, dass du deinen Körper und deinen Geist zusammen als Team entspannst. Dieses Mal werde ich von 10 bis 1 zählen. Mit jeder Zahl, die ich nenne, erlaube es deiner Seele und deinem Körper, sich immer tiefer zu entspannen. Wenn ich dann die Zahl 1 erreicht habe, bist du mental, seelisch, geistig, spirituell viel, viel mehr entspannt als davor. Du musst es einfach wollen. Du musst es fühlen. Und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt. 10. Dein Geist wird viel entspannter und viel friedlicher. 9. Erlaube allen deinen Problemen, komplett zu verschwinden. 8. Tiefer und tiefer entspannen. 7. 7. Tiefer, viel tiefer entspannen. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Erlaube jedem Atemzug dir dabei zu helfen, dich viel tiefer zu entspannen. Du hast jetzt eine Entspannung erreicht, die mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer wird. Erlaube es dir jetzt mit jedem Wort, was ich sage, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir mit jedem Herzschlag, den du spürst, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Und je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer entspannst du dich. Immer tiefer und tiefer, immer tiefer und tiefer. Mit jedem Wort, was ich sage, immer tiefer und tiefer. Lasse vollkommen los. Konzentrier dich nur auf meine Stimme. Jedes Geräusch, das du hörst, bringt dich dazu, dass du dich noch viel, viel tiefer entspannst. Und jedes Wort, was ich sage, bringt dich dazu, dass du dich immer tiefer und tiefer entspannst. Du wirst mit dieser Hypnose einen sehr tiefen und erholsamen Schlaf haben. Du kannst während dieser Hypnose jederzeit deine Position ändern, um es dir so gemütlich wie möglich zu machen. Scanne deinen Körper mental auf Spannungsbereiche ab. Mache dir eine geistige Notiz davon, wie sich dein Körper anfühlt. Während dieser Schlaf- und Entspannungssitzung wirst du dich darauf konzentrieren, deinen Körper von jeglicher Anspannung zu befreien und darauf, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Sobald dein Geist ruhig und friedlich ist, verfällst du mit Leichtigkeit in einen angenehmen, erholsamen Schlaf. Atme ein und zieh dabei lebensspendende Luft und Entspannung herein. Atme langsam aus und stoße dabei jegliche Anspannung aus. Du denkst womöglich an Dinge, die du heute getan hast oder Dinge, die du morgen noch tun musst. Vielleicht machst du dir Sorgen um jemanden oder etwas. Jetzt ist der Zeitpunkt, deinen Geist für den Schlaf freizukriegen, damit du morgen erfrischt und stark sein kannst und all deinen Aufgaben und Pflichten nachgehen kannst. Nimm dir nun, bevor du einschläfst, ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was dich so beschäftigt. Konzentrier dich jetzt vor dem Schlafen auf die Dinge, an die du denken willst oder musst. Für die nächsten zwei Minuten mache dir die Gedanken und die Sorgen, die du dir machen willst oder musst. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. 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 1. Lass dich treiben. Warm und ruhig. entspannt. Schlaf. Schlaf. Schlaf Temperament. Schlaf. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.